Der Johanniter-Orden entstand nach der Eroberung Jerusalems durch das Heer des ersten Kreuzzuges im Jahre 1099 als Orden vom Hospital des Heiligen Johannes zu Jerusalem. Die Ordensgemeinschaft wurde auch ritterlicher Orden St. Johannes vom Spital zu Jerusalem genannt. Die Ritter wurden als Johanniter oder Hospitaliter bezeichnet. Nach dem Untergang der Kreuzfahrerstaaten wurde der Sitz des Ordens zunächst 1291 von Jerusalem nach Zypern verlegt und 1309 nach Rhodos. In der Zeit auf Rhodos wurden die Ritter auch Rhodesier genannt. Nach der Eroberung der Insel durch die Osmanen ließ sich der Orden nach mehreren Zwischenstationen 1530 in Malta nieder. So entstanden die heute üblichen Bezeichnungen Malteser bzw. Malteser-Orden. Im Jahr 1538 entstand ein protestantischer Zweig des Ordens, der bis heute Johanniter-Orden genannt wird. Die Johanniter-Unfallhilfe ist eine Hilfsorganisation dieses evangelischen Ordenszweigs. Pilgerspital in Jerusalem Der Orden ging aus einem 1048 erstmals erwähnten Pilgerspital, dem Muristan, hervor, das von Kaufleuten aus Amalfi bereits lange vor dem ersten Kreuzzug gestiftet worden war. Dieses war Johannes dem Täufer geweiht, wovon sich der Name Johanniter ableitet. Pilger stellten einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, weshalb Schutz und Pflege derselben Mittel bei allen Anrainern des Mittelmeerraumes zugute kam. Die Versorgung der Kranken wurde durch Ordensbrüder übernommen. Aus der Zeit um 1160 ist der Bericht des Pilgers Johannes von Würzburg überliefert. Als Ordensgründer gilt der selige Gerhard Thunque. Er war der Leiter der Spitalsbruderschaft, die das Pilgerhospitals in Jerusalem betrieb, als der erste Kreuzzug Jerusalem eroberte. In der Folgezeit gewann die Spitalsbruderschaft erheblichen Zulauf. Unter Raimund von Puy, der dem Ordensgründer nachfolgte, vollzog sich 1120 bis 1140 der Wandel von der Spitalbruderschaft zum geistlichen Ritterorden. Unter ihm weitete sich die Tätigkeit des Orden von der Pflege und Beherbergung der Pilger schrittweise auch auf deren militärischen Schutz aus. Als Vorbild hierfür diente der junge Templerorden. Aufbau des Ritterordens Der Orden bestand damals aus Rittern, den Kirchendienst übernahmen Priester, mit der Krankenpflege waren auch nicht adelige Brüder betraut. Raimund selbst nannte sich noch Meister, Der Titel Großmeister wurde erst 1267 von Papst Clemens IV. für Hugo von Reville bewilligt. Zunächst trugen die Johanniter eine einfache schwarze Mönchskutte. Als der ursprüngliche Hospitaldienst immer mehr durch den bewaffneten Schutz von Pilgern und den Kampf in Kreuzzugsgebieten ergänzt wurde, trugen sie ab dem 13. Jahrhundert einen schwarzen Übermantel mit einem weißen Kreuz darauf, das in acht Spitzen endete. Neben den adeligen Ordensrittern dienten auch eine große Zahl Nichtadelige dem Orden. Die Hilfskräfte, die nicht dem Orden angehörten, wurden als Satschanten bezeichnet. Davon wurden die zum großen Teil nicht adeligen Satschantenbrüder unterschieden, die die Ordensgelübde abgelegt hatten. Aber nicht den Zugangsvoraussetzungen der Ritterbrüder genügten. Diese Satschantenbrüder versahen den gleichen Dienst wie die Ritter, waren aber von Führungspositionen ausgeschlossen. Sie trugen eine andere Uniform und Ausrüstung, z. B. in der Frühzeit braune Stadt schwarze Mäntel. Hatte der Orden bis dahin das Ziel, kranken Mitmenschen zu dienen. Trat als zweiter Auftrag des Ordens die Bekämpfung des Unglaubens und der Schutz der Pilger hinzu. 1136 wurde den Johannitern erstmals eine Burg anvertraut, die im Jahr zuvor an der Straße von Ascalon nach Jerusalem errichtete Burg Giebelin. In den 1140er Jahren wurden dem Orden weitere Festungen angedient. Graf Raimund II. von Tripolis verpflichtete sich ihnen gegenüber, keinen Frieden ohne ihre Zustimmung zu schließen. Imposante Zeugnisse der Geschichte des Johanniter-Ordens im Heiligen Land sind die im 12. Jahrhundert errichtete Burg Belvoir in Israel. Die 1142 übernommene Burg Krak des Chevaliers oder die 1186 in den Besitz der Johanniter gekommene Burg Magath in Syrien. Bis 1187 erwart bzw. baute der Orden insgesamt 25 Burgen in Outremer, davon 15 in Syrien und 10 im Königreich Jerusalem. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts wurde es üblich, dass die Ordenskämpfer in Kriegszeiten einen roten Mantel mit weißem Kreuz trugen. Die Johanniter trugen in ihren Siegeln zu dieser Zeit ein einfaches Kreuz in der Form des Jerusalemer Kreuzes. Späterhin ein einfaches weißes Kreuz. In der Zeit von Rhodos wandelte sich diese Kreuzesform zu einem Kreuz mit eingekehrten Spitzen. Die aktuelle Form, die als Malteser-Kreuz bekannt ist, wurde tatsächlich erst in der Malteser-Zeit zum typischen Emblem des Ritterordens. Seit 1262 war in den Statuten des Ordens festgelegt, dass nur Adelige als Ritter dienen durften. Jedoch erst ab 1555 wurde Abkömmlingen von Familien muslimischen oder jüdischen Glaubens die Mitgliedschaft versagt. Internationalisierung Die Krankenversorgung verschaffte der Hospitalbruderschaft große Bekanntheit. Bereits am 15. Februar 1113 erließ Papst Paar alles der Zweite. Das Privileg Pia Postulatio Voluntatis, in dem der Orden von der Pflicht der Zähendabgabe entbunden und unter päpstlichen Schutz gestellt wurde. Seine Besitzungen in Europa und in Autrema wurden ihm bestätigt. Auch war die Bruderschaft in der Wahl ihres Vorsitzes freigestellt. 1117 wurde auch das Hospital selbst unabhängig. Als Ordensregel wählten die Johanniter die Regel der Augustiner. Stiftungen vieler Adeliger aus allen Teilen Europas mehrten das Vermögen und wurden auch zur Einrichtung von Stationen und kleineren Hospitälern auf. Den Pilgerwegen verwendet. Bari, Othanto, Tarent, Messina, Pisa, Asti und Sergeles wurden erwähnt. Zugleich erhielt die Bruderschaft die päpstliche Anerkennung. Mit dem Privileg Christiane Fidei Religio vom 21. Oktober 1154 wurde der Orden durch Papst Anastasius IV. Aus der bischöflichen Jurisdiktion herausgehoben und als Orden direkt dem Papst unterstellt. Mitarbeiter des Ordens als dienende Brüder hatten das Gelübde des Gehorsams abzulegen. Als Ritter oder Priester dienende Mitglieder zusätzlich die Gelübde von Keuschheit und Armut. Wobei letzteres lediglich den Verzicht auf Privateigentum bedeutete. Ordensritter übernahmen auch die Verwaltung des Ordensbesitzes außerhalb des Mittelmeerraumes. Die Erlöse aus den Besitzungen wurden zum Teil an den Orden selbst abgeführt. Zum Teil ermöglichten sie die Versorgung der Ritter vor Ort als Bründe. Durch dieses System wurde die materielle Versorgung von Rittern möglich. Die als nicht erbberechtigte Söhne über kein eigenes Vermögen verfügten und die dadurch nicht mehr gezwungen waren, zwischen einer rein militärischen oder einer kirchlichen Laufbahn zu wählen. Diese Verwalter hatten ein großes Interesse daran, dass die aus der Bründe erwirtschafteten Vermögen nicht abgezogen wurden, sondern in der Bründe verblieben. Der Interessengegensatz zwischen Ordenszentrale und lokalen Verwaltungen blieb auch weiterhin stets ein wesentliches Problem des Ordens. Kaiser Friedrich I. Barbarossa bestätigte 1156 dem Orden alle Besitzungen im Heiligen Römischen Reich. 1185 stellte er den Orden unter seinen Schutz und er ließ ihm die Zahlung sämtlicher Steuern. 1206 wurden als nationale Zusammenschlüsse von Rittern sogenannte Zungen gebildet. Innerhalb dieser Zungen bestanden Priorate, die wiederum in Balein und Kommenden unterteilt waren. Eine Balei fasste mehrere Kommenden eines Priorats zusammen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts blieb diese Organisationsstruktur im Wesentlichen unverändert. Der deutschen Zunge waren zeitweilig Deutschland, Österreich, Dänemark, Norwegen, Schweden sowie Böhmen, Ungarn und Polen zugeordnet. Akon 1187 fiel Jerusalem in die Hände des Sultans Saladin, sodass der Orden seinen Hauptsitz 1191 nach Akon verlegen musste. 1224 waren die Johanniter dort so stark, dass ihnen die Verwaltung der Stadt übergeben wurde. Akon wurde durch unterirdische Festungsanlagen verstärkt. Von dort aus wurden sowohl die Aktivitäten bei der Verteidigung des Heiligen Landes als auch bei der Reconquista in Spanien gelenkt. Mit dem endgültigen Fall Jerusalems am 23. August 1244 sowie der Schlacht von Gaza am 17. Oktober 1244 begann unter dem Großmeister Guillaume D. Chateauneuf der Rückzug aus dem Orient. Personell wurde der Orden sehr geschwächt. Als die ägyptischen Mamlukin 1291 Akon belagerten, standen deren angeblich 66.000 Kavalleristen und 160.000 Infanteristen gerade einmal 800 Ritter und 14.000 Fußsoldaten gegenüber. Mit dem Fall der Festung am 28. Mai 1291 und dem damit verbundenen endgültigen Verlust des Heiligen Landes für die Kreuzfahrer wurde zunächst Limassol auf Zyperneuer Hauptsitz des Johanniterordens. Der Orden machte eine Phase der Orientierungslosigkeit durch. Mehrere Generalkonvente zwischen 1292 und 1294 brachten keine Ergebnisse. 1296 wurde der Papst darum gebeten, seiner Aufsichtspflicht dem Orden gegenüber nachzukommen. 1300 war Wilhelm von Villaret nur durch Zwang des Konventes dazu zu bewegen, als neuer Großmeister seinen Aufenthalt am Ordenssitz in Zypern zu nehmen. Der ideelle Glanz der Kreuzzüge wich zunehmender Frustration und in Europa machte sich die Überzeugung breit, dass die Ritterorden ihre erhaltenen Zuwendungen nicht zweckentsprechend nutzen. Letzteres galt insbesondere für die Templer, deren Reichtum und Einfluss in keinem Verhältnis zu ihren Aktivitäten im Kampf gegen die Feinde der Christenheit standen. Die Johanniter hätten wohl das Schicksal des Tempelordens geteilt. Wäre nicht Fulco von Villaret 1306 bis 1309 mit der Eroberung von Rhodos dem Vorwurf der Untätigkeit begegnet. Ascalon Während des Kreuzzugs der Barone 1239 bis 1241 wurde die Stadt und Festung Ascalon ein letztes Mal durch die Kreuzfahrer besetzt. Wieder befestigt und dem Hausbieter Lita-Orden übergeben. 1244 wurde sie erfolglos von den Ayubiden belagert. Im Sommer 1247 begann eine Belagerung durch die Mamluken. Sie eroberten die Stadt am 15. Oktober 1247 und zerstörten sie weitgehend. Das Bistum Ascalon wurde nach dem endgültigen Ende der Kreuzzüge 1291 bis zum II. Vatikanum als Titular Bistum Ascalon vergeben. Organisation 1301 wurden der Orden und die Hierarchie der Zungen neu organisiert. Provence Umfasst den Süden Frankreichs mit zwei Großprioraten in Toulouse und Saint-Gilles. Auvergne Zentralfrankreich mit dem Großpriorat Burcanau Französische Zunge Großpriorat Frankreich mit Nord- und Westfrankreich 1317 geteilt in die Großpriorate Aquitanien, Champagne und Frankreich. Spanien Die Großpriorate Kastilien, Leon und Portugal bilden die Zunge von Kastilien. Italienische Zunge Mit den Großprioraten Messina, Barletta, Capua, Rom, Pisa, Lombardei und Venedig. Englische Zunge Mit den Großprioraten England, Schottland und Irland. Deutsche Zunge Mit den Großprioraten Böhmen, Ober- und Niedergermanien, Dacien, Schweden, Polen und Ungarn. Ordensämter Großmeister Großkanzler Großkomtur Großmarschall Großballei Großkonservator Hospitalier Admiral Turkopulier Aufhebung des Templerordens Mit Aufhebung des Templerordens verfügte der Papst Clemens V. Mit der päpstlichen Bulle, Ed Proveidem, am 2. Mai 1312 die Übertragung des Besitzes der Templer auf die Johanniter. Dieses bescherte den Johannitären zwar zusätzliche Besitzungen in Europa, aber auch entsprechende Auseinandersetzungen mit lokalen Rivalen um diese Güter. Johanniterorden in Deutschland Johanniterorden Billi-Brandenburg Malteserorden Großpriorat Deutschland Punkt Die Besitzungen des Johanniterordens in Deutschland waren erheblich geringer als in anderen Zungen. 1154 gründeten die Johanniter ihre erste Niederlassung auf deutschem Boden vor den Mauern der Stadt Duisburg, wo sie die Duisburger Marienkirche errichteten und heute noch mit Malteser-Einrichtungen vertreten sind. Mit zu den ältesten Ordenshäusern in Deutschland gehört die Kontorei im Eifelstädtchen Adenau. Albrecht der Bär schenkte 1160 dem Johanniterorden die Kirche zu werben und sechs Hufenlandes. 250 Jahre lang war werbensitz der Ordensregierung für Brandenburg, Pommern und die Wendenlande. Von dort aus ging die Expansion beispielsweise im westlichen Mecklenburg über die Priorei-Sylzdorf zur Komtorei-Krag. Seit 1290 wird die Malteser-Komtorei in Herrenstrunden erwähnt. Die 1328 Ordensballei und damit Zentralstelle für die Verwaltung der Ordensprovinz wurde. Nach dem Verbot des Templerordens 1312 wurden durch Vertrag von Kremen am 23. Januar 1318 durch Markgraf Waldemar von Brandenburg die Besitzungen der Templer in Brandenburg den Johannitern übertragen. Dazu gehörte zum Beispiel die Komtorei-Tempelhof, die sie schon 1435 an die Städte Berlin-Köln verkauften. Von 1505 bis 1806 war der Sitz des deutschen Großpriorats in Heitersheim. Rhodos Nach Auseinandersetzungen des Ordens mit dem König von Zypern fasste der damalige Großmeister Volko de Viare 1306 den Plan, Das von Byzanz nur schlecht verteidigte Rhodos zu erobern, was 1309 dann auch gelang. Über 200 Jahre herrschten die Johanniter über die Insel. Rhodos wurde stark befestigt und ein mächtiger Großmeisterpalast errichtet. Die Ritter verteidigten die Insel gegen diverse Angriffe, unter anderem der Ägypter unter Jagmak. Streitigkeiten, hohe Kreditforderungen für den Ausbau von Rhodos und Probleme mit der Rekrutierung neuer Ritter führten allerdings dazu. Dass die Kreuzzugaktivitäten vorübergehend vernachlässigt wurden. An die Stelle der Wiedereroberung Jerusalems trat die Verteidigung des Mittelmeers gegen islamische Truppen als neue Aufgabe des Ordens. Die Johanniter bauten eine starke Galerenflotte auf, die einen bedeutenden Machtfaktor im östlichen Mittelmeerraum darstellte. 1344 waren die Johanniter Teil einer Kreuzzugsliga, die die Hafenstadt Smirna von den Aydinschen Türken eroberte. Der Hafen von Smirna blieb bis 1402 unter der Kontrolle des Ordens. Man geriet jedoch in die widerstreitenden Handelsinteressen Venedigs Genuas sowie des Papstes, was sich lehmend auswirkte. Während der Amtszeit des Großmeisters Johann von Lestig erschienen 1440 und 1444 ägyptische Flotten vor Rhodos. Eine Belagerung der Hauptstadt im Jahre 1444 konnte erfolgreich abgewiesen werden. Auch die 1480 erfolgte Belagerung der Stadt Rhodos durch das über 70.000 Mann starke Herr des Osmanen Sultans Mohammed II hielt der Orden unter Großmeister Pierre Daubussen glücklich aus. Die Ordensritter mussten erst am 22. Dezember 1522 nach sechsmonatiger Verteidigung gegen die Truppen Sultans Süleymann des Prächtigen kapitulieren. Die überlebenden Ritter und ihr Großmeister Philippe de Villiers der Liesle Adam erhielten nach dieser Belagerung freien Abzug. Der Heimbacher Vergleich Die finanziellen Belastungen durch den Ausbau von Rhodos zwangen den Orden, Besitzungen in Osteuropa zu verkaufen. Diese Verkäufe waren für die Ordensbrüder, die für deren Verwaltung dort eingesetzt waren, eine harte wirtschaftliche Einbuße. Die Befürchtungen der norddeutschen Ritterbrüder, die sich aus der Veräußerung einiger Ordensgüter ergeben hatten, führten 1382 zum Vergleich von Heimbach mit dem deutschen Großprior. In diesem Vertrag, den das Generalkapitel des Johanniterordens bestätigte, errang die Billy Brandenburg weitgehender Autonomie. So durften ihre Ritter ihr Oberhaupt, den Herrenmeister, frei wählen. Auch veränderte sich maßgeblich die Höhe der Zahlungen an die Ordenszentrale auf Rhodos und später auf Malta. Dieser Selbstständigkeit im Orden stand eine enge Verbindung mit den Kurfürsten von Brandenburg gegenüber. Malta Nach dem Verlust von Rhodos war der Orden zunächst ohne eigenen zentralen Sitz und ohne Basis für seine eigentlich im Heiligen Land liegende Hauptaufgabe. Die geflüchteten Ritter ließen sich zum Teil auf Kreta nieder oder zogen sich auf die sonstigen Besitzungen des Ordens in Europa zurück. 1530 übergab Kaiser Karl V. Die Inseln Malta und Gozo sowie das 1509 von Spanien eroberte Tripolis den Rittern als Lehn. In der Folgezeit bürgerte sich die Bezeichnung Malteserorden ein. Die Insel Malta war unterentwickelt und militärisch schlecht gesichert. Von Malta aus boten sich den Rittern aber sehr Operationen an. Die Malteserritter bauten eine Flotte von Kriegskaleren auf, mit der sie erfolgreich die Handelsschiffe der muslimischen Staaten am Mittelmeer plünderten. Damit trugen sie wesentlich zur Finanzierung des Ausbaus der Anlagen auf Malta bei. Allerdings zogen sie auch die Aufmerksamkeit der Heimgesuchten auf sich. 1551 ging Tripolis an den türkischen Kursaren Turgut Reis verloren und 1565 wurde auch Malta von den Osmanen angegriffen. Die Johanniter konnten sich in der für beide Seiten äußerst verlustreichen Belagerung knapp behaupten. Die Umzüge sowie die Verteidigung seiner Besitzungen im Mittelmeerraum wie auch der Schutz der christlichen Handelsschiffe durch die Flotte der Malteser zehrten wiederum stark am Vermögen des Ordens. Reformation Zu dieser Zeit wurde der Orden auch durch die Vorgänge im Zuge der Reformation sowohl materiell als auch personell geschwächt. Die englische Zunge hörte mit der Abspaltung der anglikanischen Kirche 1534 fast auf zu existieren und auch die deutsche Zunge wurde deutlich geschwächt. Die durch den Heimbacher Vergleich weitgehend unabhängige Ballei Brandenburg nahm im Zuge der Reformation die protestantische Konfession an. Eine formelle Trennung der Ballei vom Orden erfolgte jedoch nicht. Die Ballei zahlte weiterhin Subsidien und zeigte die Erwählung von Herrenmeistern dem Orden an. Die weitere Geschichte des Malteser Ordens ist im Artikel Souveräner Malteser Orden ausgeführt. Siehe auch, Liste ehemaliger Johanniter kommenden, Marine des Souveränen Malteser Ordens, Johanniterkirche, Johanniterorden, Deutscher Orden.